Es ist Aas, mein Freunde, du bist verbracht und schwach. Früher liefen wir mal jedem Mädchen nach. Doch die Zeiten musst du vergessen. Ergibt dich, die Schlacht ist vorbei. Alter Donjement, Motten zerfressen, dagegen gibt's keine Arznei. Wie es war, einmal war, wird es nie wieder sein, das ist klar. Und es war doch bestimmt wunderbar, aber leider. Wie es war, einmal war, wird es nie mehr, das ist sonderbar. Ja, sogar noch wie vor einem Jahr, geht's nicht weiter. Deine Leidenschaft fliegt und dein Stolz ist besiegt. Und es hilft auch nicht, wenn man sich selber belügt. Das fühlt jede Frau, es reicht nicht mehr zur kleinsten Affäre. Wie es war, einmal war, wird es nie wieder sein, das ist klar. Und du weißt nur noch, wie wunderbar es wohl wäre. Wie es war, einmal war, wird es nie mehr, das Glück macht sich rar. Jeder Spiegel, der macht dir das klar, sei doch ehrlich. Was mal war, ist perdu. Du bist fertig und rien ne war blöd. Und seit Wochen das Räume im Knir ist gefährlich. Und was nützt dir denn schon so ein Rest von Gefühl? Du greifst an, doch du kapitulierst vor dem Ziel. Wie ein General, ganz voller Orden, doch ohne Kanonen. Wie es war, das ist aus. Darum heirate schnell altes Haus. Und dann kannst du auf Jahre hinaus die Schnur schonen. Wie es war, wie es war, wird es nie wieder sein, das ist klar. Bald erziehst du als braver Papa deine Kinder. Dein Elan ist nichts wert, doch es langt, wenn ein Mann sich vermehrt. Und so kommst du, wie sich das gehört, durch den Wind. Deine Stirn wird blank, wie ein Vollmond im Mai. Statt der Haare trägst du bald ein Riesengeweih. Aber wehr dich nicht, zieh dich gut vor mit dem Rest deiner Jugend. Wie es war, wie es war, wird es nie wieder sein, das ist klar. Und man räumt dich als Prachtexemplar. Es stört Jugend, so bezahlst du mit Zins Jahr für Jahr deine Jugend. Ok. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020